Moin sind ihr Füchse da draußen und willkommen zu Kimfuchsbau Ich bin der Blaufuchs und begrüße dich wieder herzlich zurück zu Minecraft Wir waren mit dem letzten Part gerade dabei unseren Aufweg eben noch abzusichern und dann ist die Operation Umbau hier abgeschlossen Jetzt müssen wir eigentlich gerade einmal hier so ein Zeug... Och Scheiße Weißt du, den zweiten Block schon falsch gesetzt? Läuft bei mir würde ich sagen So einmal hier drumherum Einfach nur damit das auch irgendwie so ein bisschen abgesaved ist Wunderbar Hierfür die Styling Elemente Nö, komm Lassen wir so, passt Und dann gehts hier nämlich gleich hoch weiter Aber wir arbeiten von oben nach unten Das war bis jetzt der Weg So verfahren wir jetzt einfach weiter Buff, buff Oh was, das war ein zu viel Den tun wir da wieder weg tun So Wunderbar Wieder ein zu viel Also man kann nicht runterfallen, ne? Ah, hier wirds... Hier wirds eng Müssen wir schon ein mehr drauf tun Gleich hier hier auch ein mehr drauf Überall immer so ein mehr drauf tun Sicher ist sicher Hier ist safe Hier müssen wir dann wirklich einfach noch hier lang Da einmal lang So, so, so So, so 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 Ja, hundertprozentig würde ich mal sagen, ne? Kann man quasi sogar hier mit verbinden Ja, geil Scheiße, wie ist der Zaun wieder mal ausgegangen Wir haben keine Zaunelemente mehr Es gibt doch nicht wie viel Zaun da wieder drauf geht, ne? Kaum ist der Glas weg Verbrennt jetzt hier der Zaun Das ist ja unglaublich So So Dann machen wirs noch einmal schnell Mit den letzten paar Blöcken, die wir noch haben Eben noch ein bisschen Zaun Oh Taki ist überall am schlummern, ne? Voll süß Dann mogen wir doch mal aus den Ohrchen hier Eben schnell den da Und aus den da machen wir den da Und dann machen wir so ein bisschen Eichen Zeugs draus So muggelig Gemütlich Einfach Och Gott Och süß Egal wo ich hingehe Überall Pennfüchse Es ist unglaublich So Zaun Oh Da wurde sich umgedreht Hierchen Hi Amber Alles gut? Joa, ne? Drehen wir mal die Daumen, dass die 42 Dinger, die ich da hab, noch reichen Kein Bock nochmal los zu gehen Ich will nicht noch mehr Aberrten Das muss auch irgendwann mal gut sein, ne? Ohne Spaß So Ah, ich glaub jetzt könnte wirklich die Nacht hereinbrechen Ich glaube es ist gleich soweit So, soweit, so gut Ich check mal eben, ob das alles Dödelsicher ist Ja, hier, guck mal, hier muss noch einer rein Man kann zwar nicht runterfallen, aber Sicher ist sicher Hier machen wir auch noch einen rein Hier ist schon Hier kann eigentlich noch einer rein Hier ist schon, okay Ah, das wird glaube ich nicht reichen mit unseren 42 Dingern Ich hab das so ein bisschen im Gefühl Weiß auch nicht Oh, scheiße Weiß auch nicht wieso Aber guck mal, wie weit das noch rum geht Das reicht nicht Das wird nicht reichen Ich kann es jetzt schon spüren, dass es nicht reicht Und das macht mich traurig Aber gut Du, man muss auch manchmal mit sowas leben, ne? Zack, zack, zack Hier beim runtergehen checken Ah, das sollte aber passen Ich drücke Shift und falle trotzdem runter Das gibt's doch nicht What's all that? Ich trickse Minecraft aus Offensichtlich Na ihr? Uah Nee Oh, noch drei Stück Es reicht nicht Ich flipp aus Es reicht wirklich nicht Kannst du dir nicht ausdenken Scheiße Oh, so knapp Es ist so knapp Ah, ihr wisst was das bedeutet Es ist mal wieder Nacht Und wir müssen mal wieder hinaus In den Wald In den dunklen Gruseligen Wald Muss noch ein bisschen Holz zu holen R, P, T, P Sumpf Fuchs Scheiß Hä What war das denn? Das war sehr merkwürdig Die Tür ist nur halb aufgegangen Das hab ich auch noch nicht gesehen Ok Na du Na du Ja ich gucke schon neugierig Was macht der? Was macht der da? Ohohohohohohohohh Einfach ignorieren und wegrennen Das ist der Trick Das ist der Trick. Und dabei noch ein Brot reindrücken. Man will ja auch wieder rennen können, ne? So, guck. Das wird großartig. Jetzt erfahren noch die Bäumchen, die wir vorhin zermädtelt haben. Das heißt, wir können hier ein bisschen Setzlinge einsammeln eigentlich. Auch gleich zwei, ne? Einer reicht ja nicht. Müssen ja gleich zwei sein, die dir auf den Sack gehen. Lauf, 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 lauf. Einfach ignorieren. Das Gute ist, unter die Bäume können die nicht. Dafür sind die zu dumm. Insofern, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. So, warte geht's, warte geht's, warte geht's. Schnell sein. Es gilt, schnell zu sein. Schnell und gezielt. Ich könnte den Hund hecheln. Hier waren wir schon mal. So, hier noch ein bisschen. Das geht ja ganz gut von der Pfote, muss man sagen. Das läuft doch an sich. Das läuft doch an sich. Vorsichtig, vorsichtig. Wie viel haben wir? Ah, das reicht. Das reicht. Fuchsturm. Zack, zurück zu unserer Insel, die kein Turm ist. Das müsste dem Claimer eigentlich längst umbenennen, aber man hat sich irgendwann auch dran gewöhnt, dass er jetzt so heißt. Und irgendwie... hab ich dran gewöhnt. Xalas hat ja auch nichts mehr mit zu tun. Sollte ja mal so ein Xalas-Turm werden. Deswegen ja dieser blöde Schnack. Aber, dann wurde es doch kein Xalas-Turm, sondern unser... Uppala. Unser neues Zuhause. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Zuhause geworden. Ne? Silver ist meine Meinung. Okay, äh... Luna hat ein bisschen... Luna hat ein paar Probleme, aber... das wird noch. Gott, ist das viel schöner, oder? Ich fühle mich so viel wohler. Unglaublich. So, jetzt beenden wir das eben noch schnell. Und dann, in der nächsten Folge... Oh, jetzt starten wir gleich. Ich glaube, mal gucken, wie schnell wir sind. Aber spätestens in der nächsten Folge ist dann wieder... Server-Duo angesagt. Ne? Das geht hier... Das passt. Das passt. Alles gut. So. Kannst du eigentlich ruhig dicht machen, was soll's kommen. So. Damit ist die Operation abgeschlossen. Ich finde, wir sollten das ganze Ding und trotzdem einfach... Wir machen das einfach dicht. Dann sieht das ein bisschen so aus, als wäre es geplant. Siehste mal. Ist doch schick. Schick ist das. So mögen wir das. Gut. Damit ist es erledigt. Damit ist es erledigt. Ich habe irgendwie Bock, hier eine Birke hinzupflanzen. Komm, auf geht's. Ich stelle hier noch zwei Birken hin, weil ich Birken cool finde. Dafür mache ich jetzt hier einfach so einen Erdblock rein und packe mal hier so einen Birkensatz drauf. Mal sehen, ob das funktioniert. Warum nicht? Und hier auch noch eine. Und dann machen wir das gleich noch zu. So. Birke. Und das machen wir eben noch zu. Hier muss ja keiner lang gehen. Boop. Wunderbar. Wie sieht das jetzt von... Na doch, das geht aber. Das sieht doch von außen gar nicht mal... Sieht gar nicht mal schäbig aus. Ich bin zufrieden mit unserem Ergebnis. Das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Hätte ich jetzt die Grillanleitung auf, würde ich jetzt noch mit der Grillanleitung starten, aber das lohnt nicht mehr. Also, ja. Dann ist eigentlich jetzt schon so ein bisschen Serverzeit. Ich würde sagen, okay, starten wir in unsere Servertour mit einem kleinen Spaziergang unseren Weg entlang. Hier gab es nämlich auch ein bisschen was zu entdecken. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal hier ein bisschen um und danach gehe ich wirklich die Claims ab. Aber ich habe nämlich auch schon gesehen, dass hier auf dem Weg selber ein bisschen was passiert ist und das wollen wir uns natürlich auch angucken. Deswegen habe ich das ja vorhin abgebrochen. Aber diesmal jetzt hier geht es mal munter los, würde ich sagen. Okay. Also, so weit, so gut. Hier geht es über die In-Progress Lava-Welten. Wir sind hier auch noch dabei. Ich bin ja noch dabei, die Brücke hübsch zu machen. Ich finde, das sieht schon dann gar nicht so schlecht aus. So, nun geht es los. Das hier müssen wir noch hübsch machen. Das ist noch nicht fertig. Dann geht das hier weiter. Da vorne sehen wir jetzt ein dickes, fettes Haus. Da gehen wir erstmal gucken, was das ist. Das sieht auf jeden Fall sehr bunt und hübsch aus. Außer mit den Steinen, mit Muster drin und so. Der Waldturm. Ist ja voll cool. Waldturm vom Templar Assassin ist das hier. Er hat es schon drauf, mit Steinen und Glas hübsche Dinge zu bauen. Das ist ja auch bei der Ferieninsel, sieht man es ja auch. Das sieht schon sehr hübsch aus. Was alles geht heute, oder? Wahnsinn. Hübsches Ding. Auch hier diese Säulen. Wie macht man so hübsche Säulen? Mir gefällt natürlich die Farbe der Fenster. Ah, sehr cool. Schockney wurde von Skeletten erschossen. Grüße gehen raus aus Schockney und an das Skelett. So, wo geht es hier hin? Also es gibt auf jeden Fall einmal einen Ausgang hier. Wunschbrunnen. Den habe ich auch noch nicht gesehen, oder? Baum der Träume. Das ist doch neu, oder? Guck mal, eine kleine Bank. Noch eine Bank. Wo ist denn hier? Also. Ich werfe jetzt erstmal was in den Wunschbrunnen. Ich habe da nichts Cooles, deswegen nehme ich den Stick. Ich habe jetzt keine Münze oder sowas. Boop. Ich wünsche mir, dass meine Spare Ribs morgen geil werden und mir nicht das Gesicht verbrennen. Das wäre sehr schön. Baum der Wünsche. Baum der Wünsche. Baum der Träume. Dann gehen wir erstmal zum Baum der Träume. Mal gucken. Was beim Baum der Träume so los ist. Hier wird geträumt unter diesem Baum. Herrlich. Dann gehen wir mal runter und gehen jetzt nochmal zum Baum der Wünsche. Habt ihr einen Traum oder einen Wunsch? Haut es mir in die Kommentare. Da. Das ist der Wünschebaum. Das ist der Wünschebaum. Wünschbaum, Traumbaum. Haut es mir in die Kommentare. Was würdet ihr euch vom Wunschberunden wünschen? Und was habt ihr für einen Traum? So. Wir gehen dann in den Waldturm mal weiter. Es geht nämlich noch weiter nach unten. Mal sehen, wo das hinführt. Hier geht nämlich noch ein gutes Stück weiter nach unten. Okay. Ah, dann sind wir hier auf Waldebene. Game Attack, join the game. Grüße gehen raus und Game Attack 2367. Okay, und dann geht es hier einfach weiter durch den Wald. Sehr hübsch. Sehr, sehr, sehr. Ach hier, guck mal. Dort hat sich einer richtig Mühe gegeben. Waldturm, der Fuchsweg. Bup, bup. Und der Fuchsweg führt wohin? Nabben. Zack. Wo führt der Fuchsweg hin? Ah. Das ist ja geil. Hier geht es zu Fragezeichen, Fragezeichen. Hier geht es zu Shockneys Residenz. Die hatten wir ja schon gesehen. Alter, der Turm sieht von weit weg. Sieht ja auch echt geil aus. Also, sehr cool. Sieht wirklich, wirklich gut aus. Das hier sieht halt noch richtig kacke aus. Also bei der Brücke, da müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Das geht so noch nicht. Dann gehen wir jetzt mal in Richtung Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen und schauen mal, wo das hinführt. Mal eben vorsichtig schauen. Schöne Brücke auf jeden Fall. Oh ja, es geht ins Nichts. Hier kann jemand andocken. Wer möchte, ist frei. Der Weg ist frei. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gesehen. Wenn ich jetzt wieder was vergessen habe, haut es mir in die Kommentare. Aber ich denke, das war es erst mal. Das macht mich hier fertig. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal hier weiter, weil das Schopen ist Residenz. Und dann ist noch was. Eben kurz mal gucken, wo das hinführt. Ich glaube, ich habe Hunger. Der Schopen, der hat sich einen Briefkasten gebaut. Ja, wollen wir doch mal gucken hier. Was brauchbares? Kriegst du ein Leibbrot von mir, komm. Haha. Guck mal, bei ihm kann man nicht ran. Er kann wahrscheinlich nur von innen ran. Jetzt will ich mal gucken. Da ist der Briefkasten. Nicht so schön, dass man von außen gar nicht ran kann. Das ist ja schlau gemacht. Gleich mal nochmal optimiert. Bei mir kommt es ja von außen ran. Hier muss ich ja hier rein. Wenn jemand Spinnenaugen oder Kugelfische hat, die er nicht braucht, würde ich mich über eine Spende freuen. Ihr habt es gehört, Leute. Wenn jemand hat, bitte beim Gamertag wenden. Hat da jemand meine Briefkasten-Idee, die ich vom Falken bekommen habe? Einfach mal so kopiert. Falken, grüße gehen raus. Sein Briefkasten, er freut sich auf jeden Fall. Großer Beliebter, der ist aber einfach geil. So, was haben wir hier? Also momentan geben wir noch keine Claims, habe ich latsche einfach nur lang und entdecke Neues. Das kommt mir auch nicht vertraut vor, muss ich gestehen. Aber ich könnte mich irren. Ach doch, das ist der Marktplatz. Alles gut, den kennen wir. Das ist der Marktplatz von Adeva und hier ist die Kneipe zum Drunken Pumpkin, ne? The Drunken Pumpkin. Grüße gehen raus an Adeva. Honig, Mead, Lager, Rot-Weißwein, Das Gloss, 8,60 Euro. Weißwein ist teurer als Whisky? Was ist denn das für Wein? Und was ist das für Whisky? Ich muss gestehen, die Preisstaffelung finde ich ein bisschen komisch. Also Lagerbier, ich hätte jetzt gesagt, Lagerbier ist das billigste. Gefolgt von Met. Je nachdem, was das für Met ist. Dann würde der Wein kommen und dann der Whisky. Das wäre jetzt so meine Preisstaffelung gewesen. Don't drink and mine. Ist ja geil. Habe ich damals nicht gesehen. So, dann gehen wir jetzt mal, dann gehen wir jetzt mal zu meinem alten, oh, zu meinem alten Fuchsbau. Dann gucken wir mich da nehmach vorbei. Und nächstes Mal gehen wir dann Server-Turm mit der Claims los, ne? Aha, nicht so gut. Bin ja nur neugierig. Meine Lieben, ihr habt den Haar mal wieder kriegen gehört und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle immer so klein, gewöhnlichen, lukuligen Break. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei euch fürs Zusehen und hoffe, ihr habt soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bitte Däumchen da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne in einem Video posten und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Paar wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Die doseolina bünej in der Und bis dahi, die die w die 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 in die 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 in Vielen Dank.